Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Ich bin wieder euer Avenger und ja, ich habe es endlich mal geschafft wieder aufzunehmen. Warum es momentan echt so krass kompliziert war, ihr werdet es mir einfach nicht glauben. Zum einen nicht mehr krank, ist ja völlig logisch, was mich natürlich nicht davon abhält, wie das zu machen, aber andererseits ist jetzt zum Beispiel, zum einen, ich habe sehr viel gearbeitet in letzter Zeit, also da bitte ein bisschen Nachsicht. Was ist denn jetzt mit meinem Ding hier los? Mal so. Oh, das geht auch nicht, ja, das ist ja, ne, das ist ja schick. Gut, ist ja völlig wurscht. Ja, wie schon gesagt, und das ist das nächste, was ich jetzt noch habe. Ich hatte alles schon mal durchgespielt. Aber, ja, wie es halt immer so ist, ne, ich wollte was rendern, es hat nicht funktioniert, weil ich zu wenig Speicherplatz hatte. Dann ist mir aufgefallen, dass eine Partition von mir überhaupt nicht komplett ausgereizt war. Das End vom Lied war, ich wollte das Ganze wieder erweitern, habe es nicht richtig durchgelesen und habe damit alle Aufnahmen wieder gelöscht. Das kann natürlich auch wieder nur dem Avenger passieren, ist ja völlig logisch. Aber nichtsdestotrotz, wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit Episode neu starten. Um dieses Kapitel neu zu starten, wähle einen Speicherplatz aus, damit der Spielstand dorthin kopiert wird. Hatte ich nicht schon einen Speicherplatz? Ich spiele schon drei, warum nicht, ne, ist ja auch cool. Ist ja auch cool. Auf jeden Fall, jetzt sehen wir einen kleinen Rückblick und für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, werde ich hier oben nochmal in der Infokarte, ähm, ihr wisst schon, Part 1 und so nochmal einblenden, damit ihr von Anfang an dabei seid. Und für die, die Season 1 noch nicht geguckt haben, äh, alle Folgen von Season 1 sind unten auch nochmal in der Videobeschreibung, also, wie schon gesagt, schaut es euch an und feiert mit, sozusagen. So, hier sehen wir schon einen Rückblick, was uns alles passiert ist. Es ging nämlich heiß herzer Sache, äh, es war nicht verkehrt. Wollte jemand mir sagen, was da passiert ist hier? Sie war getötet von einem Pferd. Well, all we know, she was good by a dog. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? I don't know, I'm kind of on my own now. Well, you're welcome to stay here if you want. Jesus, Mary, Joseph. Think about it, you're Carver, what do you do? Who's Carver? Ja, das wissen wir alle gern. You were in the woods with Christa. Ja, da sieht man's nochmal, warum ich, äh, warum ich mich dann doch für Nick entschieden hab. Weil er schon gebissen wurde. Und deswegen hab ich mir gedacht, dann retten wir mal den, der noch nicht gebissen worden ist. So kam heute eins zum anderen. So. Und ich denke mal, er wird mir jetzt, äh, ziemliche Vorwürfe machen. Also immer wieder mal der Buhmann, so wie immer. Also das ist ja, ne? Ne, 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 ne. Das ist Bescheid. The Walking Dead. So, nachdem ich mal Milch, äh, im letzten Commentary geschrieben hat, dass ich zu wenig labere zwischendurch, werde ich mal versuchen, oder mein Bestes geben, euch mehr als vorzulabern. Das heißt, ihr kriegt zwischendurch auch mal ein paar Infos, also nicht das, was jetzt speziell über das Spiel ist oder so. Aber naja, wir sind ja hier grad. Alter, ich würde das unwahrscheinlich gern mit dem Controller spielen, obwohl, dann wäre es wahrscheinlich noch schwieriger. Was machen wir? Find irgendwas. Ja, sieh zu. Bleibt ihr hier stehen? Und macht es in aller Ruhe. Das gibt's doch wohl nicht. Ähm, hello? Oh, nice. Ich finde es krass, dieser, diese Kiste kann die Tür komplett dicht halten, während wir zwei richtig zu kämpfen hatten. Wobei er so ganz easy da hinstellen konnte. Toll. Er wurde gebissen. Was tun wir jetzt? Ich weiß nicht. Wenn wir hier drin sind, sollten wir zumindest nach oben schauen. Vielleicht können wir etwas finden, um uns rauszukommen. Mach dir selbst raus. Ja, genau. Überlass es mir. Hm, passt schon. Ich würde mal sagen, das ist Tille. Viele werden jetzt sagen, okay, der hat schon gespielt, aber... Ich weiß, was es ist. Was machst du? Okay, was dann? Es ist, um Böse zu machen. Das Rippe nicht mit dem Scheiß. Das ist nicht, also... Easy. Wenn ich die Aufnahmen nur hätte, ich würde es euch beweisen. Ja. Da ist der Schnaps. Da sind wir so richtig in einem Hinterwildler-Kaff gelandet. Genau, und nimm erstmal einen kräftigen Schluck. Wo ist sie? Jetzt, was? Oh, fuck if I know. Wir warten, ich glaube. So, was nun? Okay. Da hat wohl einer zu viel gesoffen. Würde ich jetzt mal behaupten, also. Dass wir trotzdem noch so ängstlich hier rumlaufen, obwohl wir eigentlich schon... Eigentlich sicher sind. Wir sind eigentlich total safe. Was ist dein Problem? 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 Hm. Das ist für jeden schwer wahrscheinlich, dann. Was ist dein Problem? Ja? Das ist alles, was man braucht, würde ich jetzt mal sagen. Ich wünsche, ich war wie ihm. Ich wünsche, ich kann einfach immer weiter gehen. Ich bin einfach nicht... gebaut wie das. Das ist das, was ich mit dem ich mitgebracht habe. Und es wird alles mit ihnen passieren. Jetzt wird es mit uns passieren. Wir sind alle so verabschiedet. Dieses ganze Welt ist verabschiedet. Wir werden es machen. Bullshit. Was ist das? Wir gehen zum einen neuen Ort und jemand anderes wird sterben. Das wird niemals stoppen. In der Zeit wird es unsere Zeit. Ich kann nicht glauben, dass wir hier ein Tag sind. Ein Tag. Es ist ein Tag, oder? Okay. Hey, Kind. Habe einen Drink mit mir. Nein, danke. In solchen Situationen sollte man immer einen klaren Kopf bewahren. Sie müssen gehen. Sie sind gut. Was soll das machen? Steig hier. Ich bin Münteig. Geh holen. Denkst du Luke und die anderen. Sie werden dir das schiebe. Sie sind guter Leute. Better als ich. Ich weiß jemanden wie du. Er war auch immer schreckend. Schreckend? Ich habe nichts gefragt. Ich habe nichts gefragt. Niemand macht das. Aber so was? Komm mit mir. Bist du schützt? Und lasst alles? Du kannst nicht nur hier sitzen und sterben. Warum nicht? Was ist wichtig? Du hast immer Luke und alle anderen. Sie sind Familie. Nick, ich brauche deine Hilfe. Bitte. Du bist richtig. Er ist total besoffen, Alter. Was ich vorhin hinaus wollte. Also ich versuche meinen Kindern immer beizubringen, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist. Und wenn jemand so sein möchte, dass alles egal ist, dass jeder sein Ding einfach durchzieht. Dann macht es einfach. Ganz einfach. Immer Kopfhörungen, Kopf durch die Wand. Oh shit. Schick mal hin, oder? Kein Problem. Hey, over here. Come on, you fucks. Look at me. Get the fuck out of here. I said get the fuck out of here. Nice to do it. Easy. Was mit ihm? Mal gucken. Jetzt wird's fucking interessant. Hey. Are you alright? Luke's not with you? Where's Alvin? What happened? It's been hours. Where are they? We got attacked. We got attacked. By who? Walkers. Jesus. Pete got killed. I was with Nick, but... Thank God. Where were you? Where were you exactly? Down by the stream. We gotta go. Just hold on a minute. My husband is still out there! Get the guns! Luke and Alvin went out looking for you. I told them not to go. Damn it, Luke! Clementine, can you please watch Sarah? She's upstairs. Just distract her. And don't tell her anything. I'll take care of her. You can trust me. Thank you. You'll be safe inside. Just don't open the doors for anything. We'll be back soon. And... Thank you. No problem. Okay. Tja, then we'll probably look at Sarah's house. Say cheese! I found this under the house. There was all kinds of old stuff. It's so cool. Take one of me. Come on, take one of me. Please? You shouldn't scare people like that. Sorry, I just wanted to cheer you up. Isn't this the best? What's wrong? Um, where's my dad? Clem, you're scaring me. You should know what's going on. He told you not to tell me, didn't they? He is in trouble. Oh my gosh. What happened? Clem? What's going on? It'll be fine. They're smart people. Sorry, I... I just need to... Du willst sehen, was ich gefunden habe? Willst du mir zeigen, wie ich es benutze? Ich habe keine Bord. Wenn etwas falsch ist, sollte ich wissen. Wenn ich einen benutze? Okay, aber es ist kein Spiel. Ich weiß. Erstens, erinnere dich, es ist nur eine Sache. Was bedeutet das? Um, ich weiß nicht. Ich dachte, es wäre schwerer. Okay, was mache ich? Das wichtigste ist, wenn du zu schießen, Entschuldigung, bevor du den Trigger hast. Es ist nicht so groß. Sicher, dass es Luke ist? Ich finde die Bewegung echt cool gemacht. Da ist er doch schon wieder gewesen, er hat ihn aber ganz lange um die Ecke gebraucht. Ja ach was, bisschen Fuchs. Clem, ich denke, ich kenne ihn. Er kann mich nicht sehen. Du musst ihn wegnehmen. Warum kann er dich nicht sehen? Clem, ich kann mich nicht schreien. Ich kann mich nicht schreien. Tssst. Hallo? Hallo, da. Hey, ich bin sorry, ich wollte dich nicht schreien. Meine Familie und ich sind ein Weg nach dem Meer. Ich bin mir noch nicht schreien. Was ist dein Name? Was ist dein Name? Was ist dein Name? Haha, mein Name ist Georg. Was ist dein Name? Was ist dein Name? Was ist dein Name? Das ist ein schönes Ort. Ich bin mir überraschend. Ich bin mir überraschend. Ich bin mir überraschend. Ich bin mir überraschend. Ein paar Farmen und ein altes Mann. Ein Spanisch und seine Frau. Ein schwanger Mann. Ein bisschen größer als du. Ein großer Mann. Das ist ein großer. Und eine sehr schön, kleine Frau. Ich habe ihn nicht gesehen. Das ist ein Schade. Bist du sicher? Ich bin sicher. Was zum Teufel? Ich meine, ihr könnt euch bestimmt auch schon denken wer das hat. Das war eine gute Antwort. Warum schert er sich, wenn er so eine Wiesengruppe hat, um diese sieben Leute? Warum? Es hat doch irgendeinen Grund. Ja, das ist ein Schmuck, ein Schmuck. Aber ein Schmuck. Ich erinnere ihn. Was ist mit ihm? Ich sage nur, wir hatten unsere Unterschiede. Sooner oder später, die Leute nahe zu dir finden, um dich zu crossen. Das passiert jedes Mal. Ja, ja. White ist in trouble. Three moves away from Checkmate. Sehr schnell und leise die Tür umschlossen. Das kann ja mal passieren in so einer Holzhütte. Da hat sie gleich die Knarre. Ich habe dir gesagt, niemand ist hier. Das sieht so aus. Ich wollte nicht sein, dass du dich hier mit einem guten Wissen kannst, wenn jemand jemand rutscht, richtig? Ja. Ich bin sicher. Wer ist das? Muss sein, jemand, der hier lebte. Muss sein. Du hast keine Ahnung, wer diese Leute sind, oder? Ich weiß nicht, was du sprachst. Lass mich dir das fragen. Als du sie kennengelernt hast, wie viel sie dich vertraut haben? Was ist dein Punkt? Wenn die Leute dich nicht vertraut, wie kannst du sie vertraut? Ich denke, dass ich dich lange genug beschäftigt habe. Ich kann mich selbst rausziehen. Du hast ein wirklich guter Tag. Wo ist er? Er ist weg. Was, wenn er zurückkommt? Wir müssen die anderen finden. Wir können nicht rausgehen. Clementine. Sarah. Du warst mit uns, oder? Wir müssen ihn finden. Ein Mann war hier. Was? Was sagte sie? Was hat jemand gesagt? jemand kam in der Kabine. Was? Clementine mit ihm gesprochen hat. Und du hast ihn einfach öffnet die Tür für ihn? Du schaffst dich, Rebecca. Du schaffst dich? Du schaffst dich? Ich bin schaffst dich. Du schaffst dich. Du schaffst dich. Du schaffst dich. Was ist die Wahrheit? Hat er sein Name gesagt? Hat er sein Name gesagt? Vielleicht war es nicht ihm. Wir wissen ganz gut, wer es war. Hat er sein Name gesagt? Er sagte sein Name war George. George? Das ist das, was er sagte. Schau, Clem, erzähl uns, was er sah? Was er war? War er anders? Er hatte einen großen Brunnen. Hat er eine Kleine? Eine Kleine? Ja, die Kleine. Er hat über dich gesprochen, Vater. Du wirst jemanden nicht schmerzen, oder? Natürlich nicht, Sarah. Ihr Vater ist der schönste Mann, das ich weiß. Das ist warum er nicht schrecklich wird. Oder nicht schrecklich. Genau? Du wißt du, dass diese schlechte Leute sind. Sie werden tun oder sagen etwas, um uns zu schmerzen. Was denkst du? Er wird wiederkommen? Er sah ein Bild von dir. Eine Bildung? Was hast du gemacht? Carlos? Was? Du musst dich schmerzen. Du schreckst deine Frau. Ich habe die Bildung. Es ist meine Schuld. Nein, sie hat nicht. Ich habe es mir selbst. Sarah. Er war schrecklich. Wir sind Glück. Er war nicht erwartet uns zu finden. Clementine muss ihn überrascht haben. Er war nicht da. Er war zu schmerzen, aber er wird wieder mit dem Rest. Wir haben nicht viel Zeit. Er ist richtig. Jeder, pack auf. Wir gehen jetzt. Alvin, warte! Warum? Wir müssen nachdenken. Wir müssen nachdenken. Wir müssen nachdenken. Bevor er wieder mit mehr Schmerzen. Aber es wird okay sein. Wir müssen nachdenken. Wir müssen nachdenken. Und was er will? Wir müssen nachdenken. Clem. Ich weiß nicht, was er dir gesagt hat, aber William Carver ist ein gefährlich. Er ist der Leiter des Campes nicht weit von hier. Und er ist sehr smart. Wir sind Glück, dass wir nachdenken. Wir sind glücklich. Ich bin froh, dass du dich involvieren. Aber jetzt, dass er dich sieht, du bist sicher mit uns. Wir müssen nachdenken. Wir müssen nachdenken. Wir müssen nachdenken. Wir müssen nachdenken. Wir wissen, wo er war, oder? Ja. Okay. Everybody grabbe. Wir gehen auf die Straße. Wir gehen auf die Straße. Ja. Und du sagst, es war hier gerade? Ja, ein paar Schritte. Hey Clem. Sorry, wenn ich dir ein paar Schmerzen da hinten gab. Ich bin nur ein bisschen auf der Seite. Ich bin nur ein bisschen auf der Seite. Es ist nur ein langes Zeit, mit der Beziehung und allem. Du und Alvin können wahrscheinlich zusammenhalten. Es ist okay. Wenn nicht du bist, ich schweig auf heute. Es ist Alvin, und dann bin ich wirklich in Probleme. Ich kann es halten. Ich bin nicht ein kleiner Kind. Ich bin nicht einiger Kind. Ich bin auch immer so. Ich bin auch so. Ich bin immer so. Ich bin immer so. Ich bin immer so. Und ich habe immer so. Ich bin immer so. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass du dein bestes gemacht hast. Du bist nicht. Du wissen, wir haben keine Ahnung. Wir sind nicht. Wir haben uns selbst nicht. Es ist manchmal schwer, ich mich auf alle anderen zu wissen. Ich bin nicht. Ich bin nicht mit dem. Ich bin nicht mit ihm, wenn dieser Mann sein Wille bekommt. Gott, hilf mir. Any Ideen? Clem? Ah, die Hütte. Die Hütte. Da. Das ist, wo wir waren. Die Hütte. Die Hütte. Aber das liegt an meiner Kamera. Die 270er, die ich momentan habe. Von Logitech. Die C270. Da ist die Auflösung nur auf 720p. So. Und da kommt irgendwie das Camtasia nicht mehr zurecht. Ist aber nicht schlimm. Ich werde mit demnächst eine neue kaufen. Dann wird alles besser. Hundertprozentig. Vielleicht ist der Weihnachtsmann auch extrem gnädig zu mir. Ne, das war jetzt echt doof. Aber wie schon gesagt. Immer schön in die Kommentare schreiben. Like oder Dislike. Wenn Dislike, dann bitte begründen. Und ich würde sagen. Bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein. Macht es sich gut. Macht es besser. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dahin. Servus. Alter Schwede.